hallo zusammen und damit herzlich willkommen zurück zu ja human for flat ich habe mir die letzte aufnahme angeschaut und ich muss sagen ist ganz okay vom sound her vom ton und von daher würde ich auch sagen wir bleiben hier bei der bei dieser geschichte und werden uns jetzt hier erstmal hier durch diese klüfte hangeln schafft das ne gut ist das hoch nee wir müssen glaube ich drüber springen ach ja so und was macht ihr so was zockt ihr zur zeit zur zeit zur zeit ich weiß gar nicht ob man hier schneller laufen kann ich drücke mal instinktiv die shift taste aber ich glaube das hat gar keine auswirkung so groß so wir gucken mal ob wir uns eventuell schon nach da oben bewegen können nee das ist scheinbar zu hoch ne gibt es auch andere plattformen die niedriger sind ach ja oh ja warte mal da ist noch so ein lehrvideo das gucken uns einfach mal an klibben klibben To fall properly, you need to get high. This instructional video was prepared for everyone who does not feel high enough and is ready to do something about their situation. Climbing is as easy as doing yoga. The major difference being that yoga leaves you where you started, even if done properly. Let's break it down. Raise your hands. Inhale, optional. Approach the obstacle. Lower your hands, grabbing the obstacle. Look down and pull yourself up. Walk forward as you release your hands. Hand-release timing is crucial. Releasing too early or too late will not get you high. And you might as well do yoga instead. Okay, gut. Wir können die Arme ausstrecken und so weiter und quasi hochspringen, um uns dann an Sachen nach oben zu ziehen. Warte mal. So. Und wenn wir es nicht ganz geschafft haben, sozusagen... Öh! Mist! Öh! Hahahaha! Ah, großartig. Da können wir dann immer nochmal springen hier. So, Arme nach oben. Zack. Arme nach oben. Arme nach oben. Und wenn wir uns quasi nach vorne beugen, dann ziehen wir uns automatisch nach oben. So wie ich das gerade tue. Nein! Nicht runterfallen. Nein! Nein! Was ist das so laut plötzlich? Ist das so laut plötzlich? Okay. Okay. Ich blende hier gerade ein nettes kleines Wackelbild ein. Ähm... The Evil Within. Bethesda hat mir ein Merchandise-Paket zur Verfügung gestellt, welches ich in Teilen dann auch verlosen werde. Dazu werde ich aber ein separates Video machen. Unter anderem gibt es zwei T-Shirts, drei Poster, äh, vier Poster von Wolfenstein, The Evil Fim. Dann haben wir noch dabei Bierdeckel. Und, äh, ja, so eine, so eine, äh, Anstecknadeln. Also ein ziemlich cooles Package. Und, ähm, ich werde demnächst sozusagen, wie gesagt, ein Video dazu machen. Das heißt, wer Bock hat, kann daran teilnehmen. Und ich sende euch dann das Zeug zu kostenfreie Versandkosten natürlich. Moment, ich dachte, ich muss jetzt hier durch. Sieht nicht so aus. Na, komm schon. Hm. Also manchmal... Manchmal, da nimmt er den, 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 den linken, äh, den rechten Arm... ...nicht ganz hoch. Ist das eine deutsche Figur, oder was? Hat er so Probleme, den rechten Arm zu heben? Vielleicht hat er aber auch einfach nur Gicht... ...in seinem rechten Arm. Vom vielen rechten Arm heben. So, okay, gut. Ähm. Geil, was ist das? Das ist ein Seil. Das Seil, das kann man bestimmt... ...anfassen. Warte mal, ich nehme mal beide Hände. Mal sehen, ob das... ...hüi... 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 Kann ich mich da besser schwingen? Wenn ich mich hier so bewege? Ah, das ist ja nice Cool, man fällt direkt quasi wieder in diese In diese Dings rein Aber wie komme ich dann wieder an das Seil? Hm, okay Gut, wir testen einfach mal weiter Ich glaube, das Schwingen hat jetzt nicht wirklich was gebracht Warte mal, rollt der hier wieder zurück Oder habe ich den nicht richtig reingeschoben? Au! So ein Güterzug-Waggon ist nicht so gesund Wenn man ihn zwischen sich hat Vielleicht können wir auch einfach nur diesen Weg hier gehen Vielleicht ist das Seil gar nicht da gewesen, um uns da rüber zu schwingen Vielleicht hätten wir da auch Anlauf nehmen müssen oder sowas Aber das scheint hier vielleicht doch ein besserer Weg zu sein Auf jeden Fall sind wir erstmal drüben Hm Vielleicht führen die auch wirklich mehrere Wege nach oben Es bewegt sich So, es hat sich bewegt Autsch Hm Äh was macht er mit dem waggon kleiner ferkel kleines ferkel das ist wieso kennt kennt noch jemand diese diese komischen klipper dinge geklebt haben die man fenster geschmissen hat an das ding erinnert mich dass also das das ist hat genauso die gleichen eigenschaften die dann halt die dann halt so mit den armen dann runter geflogen sind heruntergeflogen also so runtergehangelt so klatsch 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 ich weiß von was erzählt er da schon wieder so gut dann haben wir das auch erledigt naja das war doch einfach gut wie gesagt wer bock hat mir beim stream zuzuschauen wir spielen zurzeit ein bisschen pub g naja man muss die tür aufziehen so hier haben wir da ist bestimmt irgendwo was drunter doch nicht zum glück sind wir diesmal weich gelandet wie gesagt also wir spielen wir spielen normalerweise jeden dienstag und jeden donnerstag spielen wir pub g und und wer bock hat zuzugucken der kann sich ab circa 18 30 in der regel immer mit einklinken und zuschauen wir sind vier leute die im squat spielen mehr oder minder semi professionell würde ich mal behaupten zack sowas was tut es ja das ding ist auch nicht umsonst hier einfach auf steam quatsch einfach auf twitch habe ich sie vorhin gesagt einfach auf twitch nach der nach meinem namen gucken und da wird er das dann schon finden ich dachte euch sicher irgendwas über dem was hat mir das jetzt gebracht okay ich habe ich habe irgendwas kaputt gemacht okay gut ich habe was kaputt gemacht kann ich ja so wie dagegen hauen moment vielleicht kann man es da drauf stellen oh mein gott ja jetzt komme ich hier nicht mehr raus oder was ich ziehe einfach hier ich weiß nicht ob das richtig ist aber es scheint zu funktionieren lass doch mal die hütte los hier zack nummer eins also mich würde interessieren ob ihr das schon gespielt habt es ist ja jetzt quasi in aller munde ich habe ich ehrlich gesagt ich habe das spiel schon 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 ziemlich lange gesehen hatte das auch eine zeit lang auf meiner sache steam watchlist und 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 habe es mir dann irgendwann gekauft aber ich habe es dann nie gespielt warum weiß ich nicht hat oh jungen jetzt hat er hier noch die latte in der hand nimm deine latte aus der hand warte mal wir packen mal noch die matratze oben drauf und springen wir da drauf ich glaube das ist nicht richtig was wir hier machen ich glaube nämlich nicht dass das angedacht war dass wir hier also ich glaube wir müssen die tür aufmachen aber ich stapel das jetzt hier hin und dann kann ich wieder rüber zerren so hier na komm drauf da jetzt aber okay gut da hätten wir das geschafft wahrscheinlich hätten wir hier irgendwo irgendwie probieren musste aber keine ahnung wissen wir nicht auf jeden fall habe ich jetzt hier da die eine seite zerstört wir gucken was hier um die ecke ist da ist nix also schon mal bei 20 minuten naja das rätsel scheint doch etwas größer zu sein ich will jetzt mit dem bagger fahren ich schätze mal wir müssen hier diese diese wand zertrümmern roms das nächste mal vielleicht ein bisschen mehr schwung so so wird das nix so wird das hier nichts da können wir nicht als Bauarbeiter arbeiten irgendwo so ich ziehe jetzt das Ding mal jetzt hier ganz hier rum so jetzt hängt es im Dreck er bewegt sich zu langsam wir müssen das mehr schwingen ok gut, pass auf so wird ein Schuh draus ok gut aber wo müssen wir hin ich gehe mal gucken hier die Frage ist ja immer wo der Exit ist wo es dann quasi raus geht sozusagen und wir klettern jetzt einfach auch mal auf dieses unfertige oder vielleicht gerade im Abriss befindliche, äh befindende Haus befindliche Haus? was ist heute mit meiner Aussprache los? ach ja die Eloquenz mit Löffeln gefressen 21 Minuten mhm da können wir uns eigentlich drauf einstellen oh dass die Dinge halt ein bisschen länger dauern da hinten ich sehe das Exit ich sehe das Exit vielleicht müssen wir ja ich habe keinen Plan ich tue einfach so als würde ich wissen was ich tue so wie sonst auch immer ok ok da ist nicht viel passiert vielleicht kann ich auf das Dach springen pass auf ich springe einfach hier auf das Dach genau so das ist zwar vielleicht nicht gewollt dass wir das so machen jetzt habe ich das Ding aus der Seine abgerissen so viel Kraft wer hat das hier hingestellt? ouch bäh wo kam das jetzt her? ach alter mhm gut dann holen wir die Kiste hier bop 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 und tragen die Majoroa mit noch so Stücken so da ist zumindest jetzt erstmal schon mal die Tür offen Was passiert hier? Zack. Weg mit dem Ding. Das auch. Irgendwas blockiert hier noch. Irgendwas passiert hier. So, müssen wir noch eine Stange nehmen. Also ich vermute mal, die Levels sind hier noch recht einfach gehalten. Das wird wahrscheinlich dann später im Verlauf des Spiels vielleicht noch ein bisschen... Ein bisschen schwieriger, vermute ich mal. Zieht ich doch mal hoch. So, volle Konzentration hier, weil wir müssen ja uns hier versuchen, wieder Richtung Ausgang zu transportieren. Nein! Das schafft man nicht. Dann lassen wir uns kurz fallen. Ah, und ich setze mich mal kurz wieder richtig hin. Jetzt sind wir wieder dort. Lichter, Knüppel. Ah, das ist gut. Halt, andere Richtung. Die Frage ist, was passiert, wenn die Kiste runterfällt? Wenn die Kiste runterfällt, haben wir ja keine, 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 keine Möglichkeit mehr, irgendwie weiterzukommen. Oder es gibt immer mehrere Wege. Na super. Wer hat das konstruiert? Wer hat das konstruiert? Das heißt, wir müssen jetzt hier oder... Ne, warte mal, ist das denn... Das ist vielleicht gar nicht unser Weg. Alter, jetzt häng ich hier auch fest. Äh, okay. So, das wird eine lange Folge. Ah, verdammt aber auch. Komm, komm, komm schon, komm schon. Komm schon. Wir gehen halt hier lang. Wir gucken mal, vielleicht schaffen wir es hier. Na gut, okay. Die Kiste da drauf, hier rüber. Aber, das heißt, wir müssen... Keine Ahnung, was wir müssen. Ich habe keine Ahnung, was wir müssen. Doch, ich weiß, was wir müssen. Nein. Jetzt, jetzt, jetzt. So. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sind bei 30 Minuten und das ist noch nicht fertig. Das heißt, ich mache hier einen Break und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Und von daher, macht es gut bei Sein und bleibt so schön. Ciao.